Als Lehrlingsverantwortliche war es mir ein großes Anliegen, ein Projekt zu finden, das ihnen die Vielfalt des Berufes zeigt. Unsere Hochbaulehrlinge haben hier die Möglichkeit, in diesem Projekt die Schlossmauer zu sanieren. Die Aufgabe da ist, einen Ausbruch nach zur Mauer. Ja, ist für eine Firma, die in Hall beheimatet ist, glaube ich, eine tolle Geschichte, dass unsere Nachwuchsfachkräfte in Mauern mit Natursteinen geschult werden. Wir greifen nichts an, das nicht mindestens 300 Millionen Jahre alt ist. Meine Aufgabe ist die ganze Organisation. Ich hoffe, die Buben nehmen echt was Lässiges mit die nächsten paar Tage. Ich finde das so cool, dass wir jetzt da schon die Möglichkeit haben, so etwas Neues zu lernen mit dem alten Mauern. Am besten gefällt mir das mit den Stornen schlagen, mit dem Meister mit dem Hammer, weil man da am meisten Gefühle braucht. Ich bin Steinmetz Meister aus Schottland. Wir lernen mit dem original Handwerkzeug. Meister gefällt mir das Mauer nicht. Es ist eine Bergewoche, mal zu sehen, wie die Leute das früher gemacht haben und ein bisschen handwerklich gearbeitet haben. Dass wir nach alten Zeiten mauern, dass wir mit Gleichaltrigen beieinander arbeiten. Alles mit Blut. Hallo. Diese Baustelle, was mir am meisten Spaß macht, ist Mauer mit den Steinen. So geht's genau, Herr. Die Hände von jedem Einzelnen, Hirn und Herz. Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Ein tolles Projekt.